Musik Erkennt jeden Grasalm, erkennt jede handelnde Person. Das ist zu dem Zeitpunkt die einzige richtige Alternative gewesen. Kurzer Anlauf! Alles wieder offen! Lothar macht wieder alles gut. Lothar Matthäus läuft, dann schießt und gehalten! Gehalten! Vorbei! Aus, vorbei! Bremen ist Pokalsieger 1999! Und er hat den Blick und lasst das Tor! Tor für Werder Bremen! Setzt er die realische Tradition fort, Thomas Schaaf. Fantastisch, Miku, was für ein herriges Tor! Die Dinger nehmen ihren Lauf, sie nehmen den Bremerlauf. Thomas Schaaf macht das wie Franz Beckenbauer. Lässt die anderen jubeln, drängt sie nicht da vorne. Als sie da oben war, kam dann eine an, kam mit der Fahne, dann kam der nächste, gab mit der Kamera. Ich habe gedacht, was kriege ich denn noch alles da oben? Ja, und dann war es eigentlich für mich wunderschön. Sie haben es geschafft! Johan Miku klaims es! Was ein Turnaround! Was eine Nacht für Werder Bremen! Die Kopfhörer sind nicht seine Sache. Andere sind dafür zuständig. Da ist Klose, Tor! Tor durch Klose! Das ist Werder pur! Das war gut! Ein tolles Tor! Werder gewinnt gegen Real Madrid mit 3 zu 1. Es ist nicht zu fassen! Amina! Oder ist denn? Werder Bremen gewinnt dieses kleine norddeutsche Endspiel. Die Mütika Pizarro! Tor! Pizarro mit dem Tor! Wiesehen! Wiesehen! Und Christiano! Und wir, die Bremer, hier in Hamburg, oben auf! Da bleibt auch immer sachlich, bleibt nüchtern. Es ist nicht so euphorisch im Erfolg. Und bricht nachher zusammen, wenn es mal nicht so läuft. Also, da ist schon ein starker Rückhalt für, nicht nur für die Mannschaft, auch für den gesamten Verein. Stärke Hand von Ego. Wieso Dösi? Dösi hier hoch! 1-0 Bremen! Werder Bremen ist TfB-Fokalsieger 2019! Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Trainer der Gegenwart. Er hat Großartiges geleistet. Er hat ja nicht das Glückstelle wie bei München. Mit dem Titel zählt er natürlich noch mehr. Und es ist eine große Belohnung seiner hervorragenden Arbeit. Der Schwede! Der Schwede! Der Schwede! Endlich ein Erfolgserlebnis. Da ist es auch egal, dass der Vollstand kommt. Pizarro! Pizarro! Werder in der Champions League! Stark, stark, stark! Fußball kann so geil sein! Lieber! KULPRATE ING Werder in der sanct mentioned. Der Schwede! KULPRATE INGieividad KULPRATEIN Thomas Schaaf, wenn der die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann weiß ich es aber auch nicht. Die Bilder sagen noch alles.